Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video, da wir das schon länger nicht gemacht haben, werden wir in Random Squad reingehen. Und wenn wir sehr, sehr nette Leute finden, werden wir es so machen, dass meine Teammates, wenn wir den epischen Sieg holen, je 1000 V-Bucks bekommen. Ich will auch gar nicht lange rumfuckern, wir gehen eigentlich instant direkt rein. Go, Junge! Stabil, stabil. Karma, karma bockst du. Ey, Schnitz, ey, ich bin wieder mit dem Bob-Kochten, nein! Okay. Hallo? Yo, was geht? Yo! Schlitzi! Ja, was gibt's? Baba-Name, Digga. Wo gehen wir hin? Ich bin schon, oder? Oder, von zwei, drei Jahren. Warum denn ich war mit dir? Du warst safe nicht mit mir. Doch! Ich weiß nicht, du geh mal hin. Ey, bist du YouTuber? Stay-go oder so, kein egal. What? Ja, warum so ein bisschen, ja? Ey, weiß kurz, ich gucke uns den zu. Das heißt, wie du mal bist. Oder, da habe ich den YouTuber. Kommen wir in welche Mitte, oder sind wir alle? Wir sind alleine, ne? Perfekt. Ich glaube, wir sind alleine, ja. Der ist gerade Level aufgestiegen. Ich. Als wenn er was dafür kann. Juuuuuuh! Von wo kommt die Junge? Nein, oder? Ey, nein! Stabil, stabil. Ey, du bist doch dieser TikToker, oder? Äh, welcher TikToker? Mit dieser lila Skullchupa. Äh... Nein, ich schwieg dich! Ich schwieg dich doch! Lüge, Lüge, Lüge! Weiß ich nicht, Bruder. Kenn ich nicht. Warum haben alle in eurem Alter nur TikTok? Warum nicht irgendwie YouTube oder so? Und da bist du! Bleib schnell! War am olan, bleib ruhig! Mach keinen Angriff mit Samurai-Schwert. Nein, ich schwieg! Willst du ein Mini vor mir haben? Mach keinen Angriff mit Samurai-Schwert? Ey, Bruder, kannst du mir bitte in der Fasern... Ja, kann ich machen. Aber deine Stern-Picke passt nicht zu Skin-Kombo. Nimm mal lieber Samurai-Schwert. Genau. Ach ja, stimmt, das kannst du ja machen, dann hast du das ja auch ingame, ne? Ja, ja, jetzt hast du das, Digga. Ja, perfekt, Junge. Direkt 1 plus Skin-Contest, 200 Euro hast du gewonnen. Ey, Bruder, warum liegt hier nirgends wo eine Pum? Du Schlecht, Digga, ey. Komm, komm, ich geb dir, aber ich hab keine Muniz dafür. Nee, 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 nimm du. Nein, du brauchst auch, ich... Nein, gib mir nicht. Aber du bist besser, du bist... Riechst du sicher, dass ich besser bin? Ja, ich guck dir deine Videos, schweig dir, oder? Er hat wirklich Lila eine Kult-Supa, Alter. Warum bist du auf YouTube? Woher weißt du das jetzt da? Was war's? Bruder, ich hab seinen Namen gegeben auf YouTube. Auf TikTok weiß ich. Kannst du mir eine FA senden? Ja, kann ich machen, Bruder. Danke. Ey, normalerweise wäre der Skin übertrieben selten geworden, aber die haben das jetzt verlängert bis Januar, wa? Die kleinen 31er Epic Games. Ja, nee, bis mehr... Hast du mit mir jetzt ohne Spaß zwei und drei Abonnenten, ne? Ja. No way, du hast niemals... Wenn ich schon sage, das ist ein TikTok, ey, ich kenn ihn auswendig. Ey, da sind welche. Hey, da sind welche. Ey, was soll die Scheiße, Junge? Digga, ist schlägen der. Kanada, hab ich's mitzuholen. Der ist halt möglich. Der ist halt möglich. Nice, Digga. Perfekt, Junge. Bitte, ich's mitzuholen. Ramo, was machst du da? Guck mal, der hat sogar Fische und so für uns gefarmt. Wir haben alles direkt. Irren, Mann. Kanada, bist bitte hier. Wer, 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 wer der beste Spiel von bewerte. Ja komm, den kann man gleich vergessen. Er sei wirklich der. Mach dich bestimmen. Soll ich bewerten? Oh, komm. Okay. Also ich finde, äh, dein Erntewerkzeug passt wirklich gut zu deinem Skin, aber das, äh, Backwling, äh, ist halt Baba-mäßig, aber leider passt nicht. Ich, du, 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 kannst du reden mit Farid Bang? Äh, ein bisschen. Bitte zeig deine Spitzacke. Warte, wo bist du, wo bist du? Oh mein, es ist einfach wahre Liebe, diese Spitzacke. Na, aber die hat übel Delay, übel Delay. Ich sag dir ehrlich, wenn du eine Wand oder so haben willst. Wirklich? Bro, die ist so schlecht mit Wand bekommen. Ramo! Ramo! Ja! Was geht? Junge, wie bist du auf den Namen Schlitzige gekommen? Ein Freund für mich hat mich in der Mittelschule immer Schlitzige genannt, weil ich angeblich Schlitzige genannt habe. Bei uns in der Klasse war auch einer, ja, immer Schlitzige, ne? Aber auf, auf, auf Strangline, ne? Wie heißt es eigentlich, ich bin der Echtste, na? Äh, Mike, Bro. Nee, 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 ich hab grüne Pump, nimm du, Liebe. Und da liegt noch ein Biggie, ne? Hättest du dir reinpfeifen können, hab ich markiert. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wow! 54er Blue. Oh, Dicker, warum schießen die... Bro! Ich kann zehnmal drücken, die ballert nicht. Und die anderen können im Millisekunden-Takt schießen. Es ist so schlecht, Junge. Ach, schade, egal, GG's, ja? Wiederschauen und reingehauen. Juhu. Viel Spaß beim Wiederdrin. See! Hallo? Bryce, was geht's? Was geht's? Ja, nix bei dir. Ach, nix. Digga, kannst du mal erzählen, wie das geht, dass man auf den Namen User D-O-F-A-D-A-B-D-D-22 kommt? Oder hast du einfach auf Kastatur eingeschlagen? Komm heran! Mann! System? Nein, nein, sag mal, Digga, wie kommst du auf den Namen? Nein, bist du der Echte? Nein, ist Soundboard. Wo sollen wir hin? Oh mein Gott! Sollen wir mal Dirty? Dirty Dogs, ja. Ja, Digga, Abfahrt, Junge. Ach, Junge. Ey, wenn wir episch in Sieg kommen, bekommt ihr beide von mir einen Skin, okay? Ehrlich? Ja, kein Scheiß. Albanische Katze bekommt nicht, weil die sagt eh nix. Die redet nicht. Okay, ich hätte es. Oh mein Gott, Alter. Weil bei dir ist einer, Bruder. Digga, jetzt hab ich dich einfach gefunden, aber ich glaub es nicht. Bro, chill. Er geht direkt raus, was ein 31er, Digga. Bei mir ist einer, Bruder. Nein! Er ist so schlecht, er spielt mit Rocket Launcher. Digga, ey, so schlecht, Junge. Ja, kann ich machen. Kann ich mir noch eine Runde zacken? Äh, wenn Ryze mitmacht, ja, ich geb nochmal eine Chance. Ja, okay. Okay. Ich kann euch erst in zwei Tagen was schenken, ne, weil ihr müsst jetzt zwei Tage meine Liste sein, dass ich euch was aus dem Shop schicken kann, aber dann bekommt ihr 1000 V-Bucks jeder. 1000 V-Bucks? Ja, Bruder. Irgendeinen Skin kannst du dir für 1500 auch aussuchen, ist egal. Okay, soll mal Coral Castle gehen? Vertraut mir. Ich hab dir vertrut, Digga. Okay. Kriegst da wirklich, Baba, werdet da sehen, da sind so viele Chests und du gehst da mit Fullstone immer raus, ist krass. Ich dachte erst, ihr wollt mich verarschen. Nee, nee, Digga, ehrlich, jetzt ohne Scheiß. Boah, Digga, hab ich doch gesagt, Coral Castle. Tschüss. Oh mein Gott. Lecker, 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 Junge. Also ich wollte schon immer den Battle Pass haben. Hier, dann gebe ich dir den Battle Pass. Und das Wildeste ist, wenn wir jetzt hier alles zu Ende gelootet haben, dann gehen wir einfach hier mit diesen Sprungflächen weg und dann sind wir direkt raus aus Coral Castle und Pleasant oder in Believer. Das ist mega nice. Also gehen wir dann nach Pleasant. Also nach Parallel. Okay, ich geh schon mal vor. Jo, da sind noch welche mit Pleasanten. Sind da 31er am Schlüsseln. Ich geh erst drauf, wenn ihr hier seid, so, ja. Okay, Magical Girl geht direkt rein wie in die Olga. Ich hab da einen. Der ist down. Ja, ich geh jetzt rein, Digga. Ne, dann lass mal. Abo, oha, Junge. Das macht der. Schick weg, schick weg. Wann, ne? Jetzt sind wir jetzt zweimal. Du, 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 du. Ne, ich bin tot. Ne, ich hab jetzt. Let's go. Schön. Lol. Die Einkaufswegen sind wieder drin. Digga, hab ich ja noch nicht gesehen, Junge. Ja, und, ey, Golfcarts. What the fuck, man. Also, dass die Roboter drin sind, hab ich schon gesehen, aber, Digga. Das ist ja mal frisch, Junge. Oha. Zwei Lambo-Mambo am Start. Let's go. Egal. Kein Papo. Oder hier sind überall Gegner, Junge. Von wo kommen die wieder ab? Zu wieder Sandwich. Krieg ein Krampf. Digga, was machen die hier, Junge? Die bauen Kleinstadt wie in Minecraft. Guck dir das mal an. Digga. Oha, Junge. Was machen wir? Bei mir sind drei Stück. Die sind da. Der versucht sich da hinten zu healen. Ich kann nur noch vier Platten. Der versucht sich Minis zu geben hier vorne. Sollen wir pushen? Nee, nee, ich würd' sagen, chillen, Digga. Eure V-Bugs, Junge. Na, Menschen, gehen wir euch rushen. Ach, Digga, die geht da rein, Junge. Ja, hier bei mir, bei mir. Was hat denn? Das ist für ein Geil, dass ihr euch gleich nicht sterbt. Na, äh, hat jemand einen Metz für mich? Ich hab gar nichts mehr. Äh, ich kann dir ein bisschen was geben. Kommst du zu mir? Hier, ihr könnt hier sprain, wenn ich auch noch. So, wie soll ich hier? Hier, hier. Einer, white, white, white. Ich muss da um. Nein, ich wurde noch da geused. Nein, 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 nein. Ja, der andere wurde auch in die Zone im Puls. Ich bin tot. Ich hab' einen. Wo ist der andere? Oh, nein. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Ja, Junge, dann, äh, okay, dann würde ich sagen, äh, kriegt ihr dann übermorgen den Battle Pass ihr beiden und... Ja, danke schön. Okay, dann noch einen schönen Tag euch. Dankeschön. Jo, gerne, tschüss.